In diesem Video zeige ich dir, wie du auf deinem Handy in der YouTube-App den Verlauf löschen kannst. Es gibt verschiedene Gründe, warum du deinen YouTube-Verlauf löschen möchtest. Möglicherweise möchtest du deine Privatsphäre schützen oder du möchtest einfach einen sauberen Verlauf haben, um mehr relevante Video-Empfehlungen von YouTube zu erhalten. Das Löschen deines YouTube-Verlaufs ist sehr einfach. Öffne dazu einfach die YouTube-App auf deinem Smartphone und tippe dann unten rechts auf Mediathek. Klicke nun oben im Verlauf rechts auf Alle ansehen. Nun wird dir hier der gesamte Verlauf angezeigt. Tippe dann also oben rechts auf die drei kleinen Punkte und wähle anschließend Gesamten Verlauf löschen. Danach musst du dies noch einmal bestätigen und schon wird der gesamte YouTube-Verlauf gelöscht.